Ostbayern. Zwischen Altmühl und Arber. Eine der schönsten Regionen Deutschlands. Und eine der erfolgreichsten Regionen Deutschlands. Eine Region unglaublicher Vielfalt. Eine gleichermaßen ambitionierte wie bodenständige und glaubwürdige Region. Einfach unverkennbar ostbayerisch. Neben weltbekannten Bauwerken wie der Walhalla prägt vor allem die mittelalterliche Stadt Regensburg das Gesicht Ostbayerns. Die Heimat des SSV Jan Regensburg. Nach einer schwierigen Vergangenheit will der Jan in Zukunft Botschafter, Sinnbild und Katalysator Ostbayerns sein. Denn der Jan ist wie Ostbayern. Bodenständig, ambitioniert, glaubwürdig. Einfach unverkennbar ostbayerisch. Und die Menschen in Ostbayern sollen wieder stolz auf ihren Jan sein können. Denn das ist ihr Verein. Wir sind alle aus der Region. Wenn wir für den Jan spielen, dann spielen wir für die ganze Region. Oberpfalz und Niederbayern. Wir müssen in Vorleistung gehen, damit die Menschen wieder an den Jan glauben. Weil mittelfristig gibt es nur ein Ziel. Zweite Liga. Ambition, Bodenständigkeit und Glaubwürdigkeit. Dafür stehen wir. Dafür steht der Jan. Wir wollen Perspektive bieten. Wir sind der Klub für Ostbayern. Die besten Talente aus Regensburg, der Oberpfalz und Niederbayern sollen beim Jan spielen. Wir wollen, dass wir Menschen stolz auf den Jan sind. Dafür arbeiten wir jeden Tag. Der Jan will immer alle Fußballprofis werden. Ich will später mal für die Erste vom Jan spielen. Mein Vorbild ist Olli Hein. Einmal im neuen Jan scheint unser Spielsfernraum. Unsere Trainer sagen immer, wir sollen uns einen Traum nehmen, dann wird's schon klappen. Wir freuen uns alle wahnsinnig auf das neue Stadion. Das treibt uns jeden Tag an. Das Bild, das noch immer in vielen Köpfen über den Jan besteht, das stimmt nicht mehr. Der Jan ist heute ein verlässlicher Partner. Wir wollen in unserem Bereich die Vergangenheit vergessen machen. So denkt bei uns jeder. Der Jan ist bodenständig. Aus wenig viel zu machen ist unsere Devise. Ich bin wahnsinnig stolz für den SSV an arbeiten zu dürfen, da ich mich nicht nur als Mitarbeiter sehe, sondern auch seit einer halben Ewigkeit Fan von diesem Verein bin. Ich bin Stadionsprecher der U23 und außerdem schreibe ich Texte für die Homepage und die Stadionzeitung. Ich helfe immer gerne, wo ich kann und es einfach Spaß macht, beim Jan zu sein. Alle halten zusammen und bringen den Verein nach vorne. Der Jan ist glaubwürdig. Der SSV Jan zeichnet sich nicht nur durchs Fußballspielen aus, sondern macht mittlerweile auch wahnsinnig viel für gehandicapte Menschen in Regensburg und zeigen großes soziales Engagement. Und wenn wir zusammen mit dem Jan die Kinderaugen zum Leuchten bringen können, ist das für uns alle eine ganz tolle Sache. Ich bin seit meinem sechsten Lebensjahr beim Jan. Früher war ich Jugendspieler. Heute organisiere ich die Nachwuchsabteilung. Ich trage den Jan im Herzen. Der Jan ist für mich ein Stück lebend im Halter. Der Jan ist unverkennbar ostbayerisch. Der Jan ist unser Verein. Das war schon immer so und wird auch immer so sein. Und wenn dann unsere eigenen Jungs für den Jan auflaufen, dann macht uns das unglaublich stolz. Für diesen Klub kann man durchs Feuer gehen. Wir sind auf einem guten Weg. Wir vom Turmfunk sind natürlich bei jedem Spiel mit dabei, denn wir wollen die Fans vom Jan in Ostbayern informieren. Die ganze Region, ganz Ostbayern, die brauchen den Jan. Weil der Jan ist Ostbayern. Und Ostbayern ist der Jan. Wir sind schuld für euch!